Mach weiter! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Leg das Messer weg! Tu, was man dir sagt! Stopp! Mach weiter! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Leg das Messer weg! Tu, was man dir sagt! Stopp! Mach weiter! Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Leg das Messer weg! Tu, was man dir sagt! Stopp! Sei denn endlich ruhig! Sehr gut, Lilly! Gib's ihm! Das gilt für alle! Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert! Lilly, tu dies! Lilly, tu das! Check mal was! Ich bin doch nicht euer Peppo! Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lerne erst mal wieder laufen! Denn das ist das, was ich jetzt tun werde! Denn die Therapie ist der letzte Rott! Komm, erst mal selber klar, Appa! Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der gesch... Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral! Verstanden? Ende! Zit 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 Untertitelung des ZDF, 2020